Ach, der ist ja rot. Geiler. Ja, was ihr kennt, hier ist eine Möglichkeit, um die Landpappenstraße zu fahren. Wir sind hier rückt hier rechts. So, ihr könnt es sehen. Kann man einfach mal gut fahren. Der Außensitz ist dann doch so steinig. Wir fahren sonst noch ein paar Drecke. Und jetzt haben wir hier noch Freizeitsportler. Oder mich. Das geht schon klar. Das zweite Mal hier auf der Mini-Kunstherdlern. Im Sommer irgendwann. Wäre der gewesen. Aber das tut Corona. Das würde ich gerne. Die DTU hat ja auch Veranstaltungen abgesagt. Der DAV. Der Ruderverein. Ich habe das gelesen von dem Jahresende. Oder das Quartal. Der Fußkoller wollte ja Geld verdienen. Nur noch Geld aus, die Jungs. Und dann habe ich schwart. Gibt es ja so gut wie kein Geld zu verdienen. Schönen guten Mittag. Schönen guten Mittag. Schönen guten Mittag. Die sind in der Radweg. Die sind hier noch neuerartig. Nichts drauf hier. So, jetzt muss man theoretisch nicht so weit durchzahlen können, dann fahre ich das letzte nach. Mal schauen. Ja, weil es mir drüber hat, der Radfahrer, hinten kam, hat er schon die Linie getroffen. So weit. 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 So. So weit. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.